Kommt RB Leipzig heute live im Free-TV? Wir haben die Lage in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal gecheckt. Ganz wenige Bundesligaspiele laufen auch im Free-TV. So zeigt Sat.1 beispielsweise das Eröffnungsspiel. Dabei handelt es sich aber um absolute Ausnahmen. Wer die komplette Bundesliga live im TV sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Auch für die Champions League brauchst du ein Abo. Hier gibt es sogar nur das Finale kostenlos im ZDF zu sehen. Etwas besser ist die Situation im DFB-Pokal. Hier haben Fans des RB gute Chancen auf eine Partie im Free-TV, denn ARD und ZDF zeigen mehrere Spiele live. Zuweilen dürfte eine Begegnung von Leipzig dabei sein. Wie du siehst, sind Partien von RB Leipzig im Free-TV eher selten. Für alle RB-Spiele brauchst du ein Abo von Sky oder Wow, The Zone und Amazon. Infos zu RB Leipzig live und die besten Streaming-Deals erhältst du auf www.dslweb.de. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kompetent, unabhängig, günstig. Wir sind deine Tarifexperten seit 2002. Wir sind deine Tarifexperten seit 2002. Wir sind die Tarifexperten seit 2003. Vielen Dank.